Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Wandaful Yoga. Ich bin Wanda und ihr seid hier bei meiner Basic-Reihe gelandet. Das heißt, ich erkläre in kleinen einzelnen Videos die einzelnen Asanas nochmal separiert. Das heißt, für Anfänger super geeignet, sich wirklich von vornherein die ganzen Haltungen anzuschauen, damit sich keine Fehler einschleichen. Also ihr seid sehr willkommen, euch alle Videos meiner Basic-Reihe anzuschauen. Heute machen wir den halben Sonnengruß. Das ist die Vorstufe zum ganzen Sonnengruß. Ganz herrlich zum Warmwerden, zum Wachmachen. Ja, los geht's mit dem halben Sonnengruß. Für den halben Sonnengruß kommt man an den Anfang der Matte, stellt die Füße wieder hüftbreit, findet eine gute Grundspannung hier in Talasana eurer Berghaltung. Einmal tief durchatmen und dann die Augen öffnen. Ihr könnt einmal zuschauen jetzt, wie ich den halben Sonnengruß mache oder direkt mitmachen. Ist euch überlassen, wenn ihr den Sonnengruß schon kennt, den halben, dann macht jetzt gerne mit. Wenn noch nicht, dann schaut vielleicht einmal zu und dann machen wir es danach noch mal gemeinsam. Einatmen, bringt die Arme nach oben hoch, Handflächen berührt sich. Ausatmen, nach unten runterfließen, mit langem Rücken, Knie tief beugen, ganze Vorbeuge. Einatmen, kommt in die halbe Vorbeuge, Rücken ist zu lang, kommt auf die Fingerspitzen. Ausatmen, ganze Vorbeuge zu den Beinen ran schmelzen. Einatmen, wieder nach oben hochkommen, Arme beben über die Seiten, Handflächen berühren sich. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammenstehen, Talasana. Nochmal so, jetzt gemeinsam. Einatmen, nach oben hoch, Handflächen berühren sich. Ausatmen, zum Boden runterfließen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, kommt auf die Fingerspitzen, denn der Nacken ist lang, glitt nach vorn unten runter. Ausatmen, ganze Vorbeuge zu den Beinen ran schmelzen. Einatmen, wieder nach oben hoch, die Arme gehen über die Seiten wie Flügel. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammenstehen, Talasana. Sehr gut. Das war der halbe Sonnenbruch, ihr Lieben. Kurz und schmerzlos. Hoffentlich schmerzlos. Ja, das war's. Klickt gerne weiter. Sonnenbruch A, Sonnenbruch B, was auch immer euch anspricht. Oder noch andere Videos bei WandaFood Yoga. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.